Hallo und herzlich Willkommen bei LaWermTV. Wie letztes Mal schon angekündigt, geht es heute um diese Halle. Der Roland möchte hier einen Autoteileladen einrichten. So, und da müssen wir erstmal die Voraussetzungen schaffen. Also die Halle muss leer geräumt werden. Und damit fangen wir heute an. Und dann, dieser 403 soll raus. Dann haben wir schon mal ein bisschen Platz. Und das mache ich jetzt mal. Ich glaube, da brauche ich Hilfe. So geht das hier alles nicht. Mir ist da etwas eingefallen. Könnt ihr euch erinnern an die Serie 19? Da habe ich doch eine Wunderlampe gefunden. Hier, hier ist sie. Die Wunderlampe. Hier habe ich sie. Wollen wir mal dran reiben? Mal gucken, was passiert. Ich zaubere mir jetzt eine Hilfe herbei. Hier ist ja meine Hilfe aus dem Orient. Gut, dass du gekommen bist. Wir haben viel Arbeit hier. Du kannst mir helfen. Aber für diese Hilfe, da fehlt doch noch was. Ich reibe nochmal. Und jetzt kann es losgehen. Ja. Ja. Das geht ja gar nicht. Wo sind die Jungs? Wir brauchen Jungs zur Hilfe. Hilfe. Okay, der 403 ist schon mal draußen. Und jetzt müssen wir hier noch zwei Wagen rausbringen. Und dann können wir schon mal anfangen und Tische in die Mitte der Halle stellen. So weit, so gut. Die beiden Wagen stehen jetzt hier draußen. In der Halle ist die Mitte freigeräumt. Der Roland wird jetzt noch die Halle ausfegen. Und dann brauchen wir wieder unsere Hilfe, damit wir die Tische in die Mitte stellen können. Die Halle ist gefegt. Die Tische sind leer. Und nun müssen wir die Tische hier in die Mitte stellen. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt, dass dann ein paar Balken dagegen kommen und da oben kommt dann ein Deckel drauf. Das ist eigentlich noch eine erweiterte Galerie, wie sie hier oben ist. Und jetzt, da kommen jetzt diese, das zeige ich euch jetzt, jetzt kommen diese Balken. Diese Balken kommen so dagegen. Ja, und dann wird diese Galerie weiterhin verlängert. Zuerst, mein kleiner Geist. Ich habe jetzt noch eine kleine Aufgabe für dich. Wir bringen jetzt noch die Bretter nach oben. Und dann bringe ich dich zurück in deine Flasche. So, mein kleiner Geist. Ich gebe dich wieder frei für die Wunderlampe. Du darfst wieder zurück. Unsere Sendezeit ist wieder vorbei. Und das nächste Mal werdet ihr mit dabei sein, wie wir unseren Platz aufräumen. Wir haben ja ungefähr 200 Oldtimer. Und wir müssen mal im Groben und Ganzen einfach mal eine Bilanz ziehen, was wir alles hier so stehen haben. So, und das zeigen wir euch das nächste Mal. Und jetzt kommt wieder die Wetter-Nach-Hersage. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen in unserer Wetterstation. Wie war das Wetter? Wir hatten es eigentlich sehr, sehr schön. Davor die Woche hatten wir es richtig warm. Aber diese Woche, es wurde nun doch ein bisschen kühl. Und man musste sich etwas überziehen. Aber trotzdem, wir hatten sehr, sehr viel Sonne dabei. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Hallo, hier ist Grigri, die kleine Oldtimer-Maus. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich selber bin noch ein bisschen zurückgeblieben von der Fette. Die war etwas länger, das kleine Fest, das kleine Silvesterfest. Ich bin noch ein bisschen besoffen. Ich denke mal, wir werden uns nächste Woche nüchtern wiedersehen. Tschüss.